Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sundays to Die. So, ähm, ausnahmsweise jetzt die gleiche Aufnahmesession. Haben wir das jetzt ausgeräumt? Ja. So, ähm, und zwar, ich würde gerne hier noch Zombies verknüppeln. Du hast dann aber zu wenig mit, du hast keine Muni, du hast keine Sachen. Moment, hab ich Rahmen? Ja, Rahmen hab ich. Und somit hab ich alles, was ich brauch. Mir brauch ich nicht nur Rahmen. Na, 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 Rahmen. So, weit geht's los. Die Survivor Site. Na, ich bin gespannt auf die Survivor Site. Ist das Buzz? Buzz bist du's? Ja, er war's. Und den Bonker müssen wir uns auch mal ansehen dann. So, aber wir müssten ja gleich da sein. Die Survival Site. Super. Aber da ist ein Zombie drin. Ein Hunde-Zombie. So, schauen wir mal, ob sich das mit ordentlichen plünderten Looten, wird sich's ja wohl hier nicht ausgehen diesmal. Leider. In den Poppes. So, was ist mit da rüberspringen? Geht sich das aus? Geht sich das aus? Geht sich das aus? Ich muss den Punkt aktivieren. Verdammt. Da brauch ich gar nicht hier herumtun. Ich muss den Punkt aktivieren. Ich muss einen Punkt aktivieren. Ich muss einen Punkt aktivieren. Wo ist denn da der Punkt? Oh, ich läuft da auch nach oben. So, ich muss einen Punkt aktivieren. Den Punkt aktivieren. Verdammt, wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. Ja, da ist er ja. Punkt säubern. Wir werden das nämlich heute nicht machen mit säubern. Wir werden einfach nur reingehen und plündern. Ich glaube, das gefällt mir gut. So, und ich wette ja fast. Ähm, ich wette ja. Also fast ist gut. Ich wette auf den Zombiehund. Oh, wir laufen nochmal. Ach hier. So, gute Dame hängt da noch. Das Blut spritzt drunter. Wahnsinn. Die hält aber auch viel aus. Die gute, die gute Dame. Wären hier Hunde, dann wären die jetzt schon aufgewacht. Und ich hätte schon gesagt, gute Nacht. So, mal schön. Was haben die eingekauft, die guten? Ich sehe es doch. Ich sehe doch das Beugelchen. Aber ich komme nicht gut hin. Ja, schwarz ist gut. Die brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. Gleich springt mich der Hund von der Seite an. Nein, ist ja nicht mehr Hund. Okay. Wir wollen ja nur plündern. Ein wenig. Dann holen wir uns mal da. Aber man muss sich ja die Zeit vertreiben. Okay. So, keiner da. Gut. Ich will da rauf. Ich will da rauf. So. Aber wo komme ich rauf? Von vorne würde ich raufkommen. Das weiß ich noch. Nee. Nee. So, schau mal mal. Mit ihm hier. Ich glaube, da ist nämlich noch wer. Ist da noch jemand? Hallo. Na gut. Dann wollen wir mal reingehen. Wollen wir mal reingehen. Oh. So viele. Och. Jungs. Da kriege ich ja Angst. Ui. Ja. Und du bitte auch. Ui. 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 Der ist aber so brutal, der Typ. Ja, das macht er kaputt zum Pulli. Der hat den Hoodie von gestern. Ui. 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 Und jetzt? Wo gehst du jetzt hin? Ach, komm her. So. Wo war der Aufgang? Oh, verdammt. Wo war der Aufgang? Ich brauch den Aufgang. So. Oh, da komm ich auch nicht drauf. Oh. Wo war der Aufgang? Nja. Wo ist denn die Dame drauf? Ach. So. Jetzt geht's. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Und wegen der einen Kiste hier. So. Sehr schön. Was haben wir da drin? Oh. Ach ja. So. Gleich mal scrappen. Was haben wir da drin? Ja, das ist schon besser. Da kann man nämlich viel scrappen. Scrappen. Was war das? Eisen? Ah. Eisen. Eisen. Und Eisenstiefel. Oh. Eine Vorschlagkammer. Weiß nicht. Können wir mal probieren? Ich bin mir nicht sicher mit dem Eisen-Vorschlagkammer-Zeug. So. Da, 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 da. Noch mehr abgebrochen. Super. Also unser Fahrrad ist da vorne. Wir haben uns jetzt mal die Survival-Zeit angesehen. Und ja. Jetzt geht's auf. Zurück. Hm, 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 hm. Vorhin Horde nachgedacht. Irgendwie blöd. Wir haben gar keinen Rucksack. Rucksack. Schlafsack. Da, 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 da. Oh. So. Wie viel brauche ich denn eigentlich für ein altes Bett? Nein, für einen Schlafsack. Zehn. Zwei noch. Super. Super. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Also zurück. Auf Bremsum-Sammelpunkt machen wir das nächste Mal. Oh, es dämmert schon. Es dämmert? Es dämmert gar nicht. Es dämmert. Na, 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 na. Na, 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 na. Hui. So, und was zum Essen will ich auch suchen. Irgendwo werden wir was zum Essen finden. Vielleicht drüben wir unsere normalen Säule. Die normale Säule. Das andere ist ja die anormale Säule. Na, 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 na. Na, na. Hallo? Oh, das war auch schön da im Militärlager drin. Hm. Hm, 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 hm. So. Schauen wir mal, was wir überhaupt noch zum Essen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir in dieser Kiste überhaupt noch viel drinnen haben. Bin mir da echt jetzt gerade wirklich unsicher. Wirklich unsicher. Aber wir schauen mal. Let's take a look. Oh ja, da ist ja noch viel drin. Das werden wir essen. Hm, Kerzenfutter. Hm, das gute Kerzenfutter. Ja. Super. Da kriegt man wenigstens keine Lippen. So. Ja, 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 ja. Nehme ich das alles echt mit? So, der kleine Rest da stört, nicht? So, haben wir da was drin? Ja, ja, ja. Ich höre dich. Ich höre dich. Aber es ist mir egal. So. Na, 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 na. Na, 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 na. So. So, mit vier überladen, das ist gut. Das bringen wir mal zurück. Die, 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 die. Die, 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 die. So, da drinnen hört man schon brutzeln. Ist jetzt was im Fahrrad? Oh mein Gott. Ist was im Fahrrad? Nö. Alles gut. So. Bämstie. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So, das kommt rein. Ja, ja, sortieren wir mal später. Den brauche ich. Das kommt da rein, da rein, da rein. Ja, du wirst die Muni brauchen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Hm. So, was ist, wenn ich mir noch mehr, äh, Muni mache? Ja, das kann man da wegtun. Nö, da, Rezepte. Ja, super. Dann machen wir das mal. Ja, warum auch nicht? So, dann haben wir hier und hier. Sortieren wir mal später, wie gesagt. Dann würde ich sagen, wir platzieren mal, äh, ja, vor die Chemiestation. Das ist super, da können wir uns gleich die chemischen Sachen reinziehen. Wollen wir aber reinziehen? Oh, wie cool. Da auch super. So, jetzt geht es aber weiter. Hm, 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 hm. Okay, das mischt noch schön. Oh, da haben wir schon ganz schön viel Sand, aber jetzt... Super ist das. So, Sand kommt schon hier rein. Oh, wie viel schon. Oh, super. Wir brauchen mehr Steine. Oh, dann haben wir hier. Wow. Oh, super. Oh, wie cool. So, Beton, ja. Zement, ja. Super, oder? Oh, ich freue mich total. Ich freue mich total. So, die letzten Vorbereitungen. Dann würde ich sagen, wir machen da nochmal so eine Drehrunde. Na, 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 na. Na, 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 na. Äh, die 21er gerade. Ich bin total gespannt. Ich bin echt total gespannt. Ja, ja. Es donnert, es donnert, es donnert und blitzt. Also, noch nicht, aber bald. So, was haben wir in dem noch? Super. Was ist in dem noch? Oh, sind da Beutzen drinnen? Eisenbeutzen für Armbrüste. Ja, die hätte ich tatsächlich gerne so mit. Genau. Schrot. War früher der Hammer. Der Börner, Börner. So, nehmen wir von dem Zeug noch was mit. Ja, ja, ich höre dich. Aber es interessiert mich jetzt akut gar nicht. So. Dann auf zum Fahrrad. Da haben wir noch einen kleinen Törn gemacht für Rohstoffe. Ein Törn. Die, 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 die. Der Frieden vor dem Sturm. Nein, die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt haben wir es. Pieps. Pieps. So. Dann werfen wir da Zeug rein. Nämlich. Da, da, da. Da, 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 da. So, und dann möchte ich gerne etwas machen, was ich auch noch nicht gemacht habe. In der Alpha 18 tatsächlich noch nicht gemacht habe. Wahnsinn, so viel schon gemacht. Das habe ich noch nicht gemacht. Und zwar, ähm, 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 so. Genau. Bete und Felder. Ich brauche Holz, verrottetes Fleisch Nitrat und hunderte. Ja. Wow. Okay. Hm. Und wo finde ich das Zeug? Wow. Oh, dazu sollte ich aber echt alles mal durchsortieren. Wow. Wow. Oh, so viele Sachen. Okay, Nitrat. Habe ich das verrottete Zeug nicht drüben? Ja, zwei Hölzer. Oh, das muss wirklich mal... Oh, das will ich euch echt nicht antun irgendwie. Das ist, äh, ziemlich heftig. Sowas kann ich mitnehmen. Tja. Oh. Dann nehmen wir das da und das. Oder ist das egal? Oh, Schatzkarten. Oh, wie viele Schatzkarten. Wir haben da. Komm, wir schätze. So. Schätze. Ich schätze, die werden wir dann auch finden. So. Oh, wie cool. Da war gerade, da war gerade da. Da, 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 da. So, dann packe ich mal das weg. Das kann man auch scrappen schon. Oh, das werden wir alles sortieren müssen. Alles sortieren müssen. Super. Wie cool. Wie cool. Wir haben schon viele coole Sachen da. So, Sand. Ja, ein Stück. Super. Erde haben wir viel. So, Zement haben wir hier. Wow. Oh, wie cool. Wir haben ja echt viel Zeug auf Tasche. Oh, das sind vier Minuten fertig. Das ist okay. Oh, ja. Oh, ja. Da, 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 da. Wie wäre, wenn wir jetzt reinwerfen? Na, machen wir das noch nicht. Was machen wir dann nach der Horde? Nach der Horde. Ist nämlich vor der Horde. So, was haben wir da noch drin? Wow. Okay, okay. So, die Baumaterialien. Hier haben wir das. Moneyproduktion. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was brauchen wir für Schießpulver? Nur mal schauen. Nur mal schauen. Schießpulver. Schießpulver? Wie heißt denn das? Wieso? Äh. Ach so. Schießpulver. Nitrat und Kohle. Nitrat und Kohle. Nitrat und Kohle. Da brauchen wir auch Nitrat. Ist das super. Cool. Also ich. Okay, wir haben. Wir machen das so. Ich schlicht jetzt. Und wir sehen uns zur Horde wieder. Nacht wieder. Ihr könnt jetzt noch dranbleiben. Es passiert aber nichts mehr. Ähm. Nein, ihr könnt nicht dranbleiben, weil ich nehme das jetzt raus. Äh. Ich. 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 Ich schlichte. Ich werde das nach der Horde. Es geht aber nicht. Ich werde das nach der Horde nach schlicht. Äh. Es hilft alles nichts. Es hilft alles nichts. Wow. Wir haben so viele coole Sachen. So viele coole Sachen. Das ist echt. Ach. Alleine wenn ich jetzt sage. Ich nehme nur mal die Werkzeuge und Werkzeugteile raus und schlichte in eine Kiste rein. Nur mal so, damit wir. Äh. Aber. So viel Zeug. Und das geht sich alles vor der Horde nach nicht mehr aus. Nein. Es geht sich alles nicht mehr aus. So. Was haben wir da noch? Noch Waffen. Ja. Das kommt auch vorne rein. Äh. Da. Da. Das war auch vorne. Ja. Ach ja. Ja. Und diese, äh. Dinger da. Die Hülsen. Die kommen dann auch drüben rein. Äh. Zur Muni Fabrikation. Da haben wir wieder welche. So. Da haben wir da. 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 Es ist nur die Frage, nach was sortiere ich ihn jetzt hier. Deswegen zuerst mal ein System überlegen und dann resortieren. Na 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 na. Das Fünfermesser bewahre ich mir auf jeden Fall mal auf. Die Eisenpfeile brauche ich jetzt nicht. Die Fünfer AK brauche ich auch nicht. Ich glaube, drüben habe ich eine Fünfer AK. Ähm. Und somit alles gut. Also das Zeug nehme ich aber da alles mal raus. Das hat definitiv hier nichts mehr verloren. So. Dann nehme ich auch das da raus. Da nehme ich auch das da raus. So. Weil das pfropfe ich da mal alles ein. So. Ziel ist nämlich, dass ich rechts diese Rohstoffsachen habe. Herausforderungen könnte man auch mal eine machen. Oder zwei. Was hältst du davon? So. Das heißt, dass ich hier Rohstoffe habe und zum Beispiel sowas. In der Kiste gar nicht mehr. So. So. Der Rest kann hier ruhig drinnen sein. Aber das. Na komm. So. Hm. 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 Das und das auch nicht. Das und das und das. Ja. Von mir aus. Das nehmen wir auch mit. So. Und. Schon ist es soweit. Adelaide. Es ist soweit. Habe ich noch irgendwo diese komische Munition dabei? Nö. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber wir können natürlich das da mitnehmen. Und wir können auch das da essen. Und wir können auch das da trinken. So. Und jetzt können wir da auch rauf gehen. Ach. Wie schön. Oh. Und die Bäume sind gewachsen. Damit man ja nicht mehr durchsieht. Oh. Wie super. Ach ja. So. Wo ist mein Fahrrad? Verdammt. Wo ist mein Fahrrad? Ist ganz vergessen. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Oh. Ein wunderschönes Gebilde. Das Gebilde. Ob das aber hilft. Ich bleib skeptisch. So meine Lieben. Das war's aber für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Und wir sehen uns. Bis dann.